Ola kalamalaka. Die guten Jungs in Scope 21 und der Tim Webel haben mir wieder was zugeschickt, Freunde. By the way, Friends, wie immer, wir verlosen irgendetwas random aus diesem Pickup, was ich nicht brauche. Deswegen einfach kurz liken, kommentieren und speichern. Da könnt ihr was gewinnen. Das wäre die Harrington-Jacke. Aber ich habe noch nie eine Jacke aus diesem Stoff in diesem Format gesehen. Ja, hat unten noch Gummibund. Ja, sieht nicht schlecht aus. Auf jeden Fall für das ein oder andere Frühlingsdate kann man die entzwirbeln. Kommen wir als nächstes zum Polohemd. So, der Lachs, der kann was. Also vor allem, weil es unten einen Bund hat, kann man sehr, sehr cool diesen Locker ein bisschen hochziehen. Und nachher kann man die Falte rüberpacken, bis sie die Silhouette hochbekommen kann. Auch so dieser Meshstoff, wie bei der Jacke. Ah, okay, sie ist auch sehr breit unten. Rein vom Tragegefühl ist sie sehr angenehm. Ich denke auch eher, die ist für die wärmeren Monate gedacht. Weil eben jetzt im Winter, ich gehe raus, meine Eier sind zwei Eiswürfel direkt. Also Mojito.